Du willst es zu was bringen, dann musst du töten. Du willst Beachtung? Töte eine Bleichhaut. Je mächtiger dein Opfer, desto schneller steigst du auf. Idril, sie stirbt. Viele werden sterben bis Sauern bezwungen ist. Dieses Wissen kann uns helfen. Töten wir den Mörder. Findet diese Zukunft vielleicht nie statt. Wir können sie retten. Ob sie lebt oder ehrenvoll stirbt, wird den Ausgang des Krieges nicht beeinflussen. Wir müssen Kastam hier unbedingt beschützen. Wenn er diesem Meuchler anheimfällt, verlieren wir den Palantir. Wir finden ihn, mein Schatz. Für den leuchtenden Herrn. Wir gehen nach Cerrit Ungol. Ja, wir finden den garstigen Meuchler. Ja! 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 Der Meuchler muss aufgehalten werden. Gollum, weißt du wo er zu finden ist? Ja, wir haben seine geschwungene Klinge erkannt. Eine Morgul-Klinge? Ja, sticht, sticht, sticht alle Leibwächter des Häubklings ab. Wenn wir seine Ziele finden, die Uro-Gleibwächter, dann finden wir auch den Meuchler. Der erste ist ganz nah. Hier lang. Okay, ich will mal eben kurz was... Kurz unterbrechen, Entschuldigung. Ich musste mal eben schnell was machen. Was die Wollmassen! Sie haben sich in einer Schuss. Sie haben sich in einer Schuss! Ich beinne dich! Ich bin ein Schmeckbeinen Stahl! Was für ein Ghoul-Massaker. Stahl! Was der? ich will mal kontrollieren ob hier noch spezielle gegner zuvor sagtest du du hättest die geschwungene klinge des moichlers erkannt du siehst kann krass visionen also doch eine der leibwächter war in der nähe ganz sicher ja ich hab doch die hallo habt ihr doch hier nur eine morgul klinge verursacht solche wunden wir sind auf der richtigen spur er ist schon seit einiger zeit tut wir müssen schneller sein wenn wir den moichler schnappen wollen während der moichler sich durch die reihen mordet wird er stets größere ziele ins visier nehmen wie kastamir ja kastamir ist der einzige der weiß wo der parlament hier ist er muss um jeden preis am leben bleiben mhm ich liebe es wird sicher Der garstige Ork ist hier irgendwo. Ach, wir wissen noch nicht mehr wo genau. Wir sind nah dran. Ihr findet ihn. Unverwundbar. Ich spüre es auf. Ich spüre es auf. Moment. Ich spüre es auf. Er büscht. Er kam wohl zurück. Hm? Wohl zurück. Ach so. Hast du mich erschrocken? Ja. Da liegt ne Belobung. Echt jetzt? Er hat mich noch nicht gesehen. Hoffe ich. Ich glaube dieser Teller wurde von Ostlingen gefertigt. Die Art des Materials und die Verzierungen sind mir und jedem, dem ich ihn zeigte, unbekannt. Ich weiß, dass die Ostlinge von jenseits des Meeres von Runen nie Freunde Gondors waren. Und ihre Streitwagen und großen Fuhrwerke sind wahrhaft furchteinflößend. Doch ich würde gern einem von ihnen abseits der Schlacht begegnen. So wild sie auch sein mögen. Sie sind immer noch Menschen und keine Uruks oder andere Lakaien des Duh. Die Ostlinge, sie sind sogar noch seltsamer als die Haradrin des Südens. Aber genauso verwundbar gegenüber Saurons Drängen. Siehst du, da liegt er doch schon. Wunden von einer Morgul-Klinge. Genau wie beim letzten. Dieser Mord ist nicht so lange her wie der andere. Wir kommen näher. Gollum wird wissen, wo unser nächstes Ziel ist. Bist du alles besiegt? Braver Junge. Noch ein Uruk. Er ist noch nicht lange tot. Wir sind nah dran. Näher und näher. Wir bringen euch dahin, wo der Nächste ist. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du das tun würdest. So, man kann auch Ghule jetzt anlocken. Das ist sehr cool. Wurde man letztes Mal nicht, wenn man diese Eier zerschießt. Das ist sehr, was wir tun. siegen die petroleum hat toll also den auf kopf springen bringt nix bedeutet erst mal es ist Immer laut, gemein, aber sie mögen die Fliegen nicht. Mein Schatz, besonders der Meuchler, er rennt immer vor ihnen davon. Erst tragen wir die Feste her, dann zwingen sie uns dieselben Trennungsmöglichkeiten. Wir sind nah, aber es gibt zu viele Orkse hier. Bleib hier. Ich finde ihn auch allein. Ja, wo bist du denn? Da bist du. Okay. Okay, da hat das Spiel gerade mal gedacht, ich bin mal ganz veranlasst. Soll es, ob da oben noch was ist? Ne, hier oben ist definitiv nichts. Nicht mal Pfeile. Dann wäre es keine Verschliebungen. Und was? Dessert ihr? Ich sollte ihn nicht die Hand. Ich werde ihn nicht die Hand. Dann bin ich von der Primark, im Trennungsgynter. Jetzt wird er die Hand. Ich werde es dir nicht mehr tun. ich zieh mich einmal zurück bis denn ja bis denn denn gute nacht und so was machten die hier oder habe ich den brand ausgelöst was zum teufel ein weiteres opfer doch dieses lebt noch finden wir heraus was er weiß der war ich leis nah gut gut wird verfolgt war das genommen durchschleichen ich brauche noch feile ja Fette Menschenhälse müssen aufgeschöpfen. Hä? Benommen durchschleichen. Ok, ich habe mich anscheinend etwas verkehrt gemacht. Was ist los? Ein klein wenig Menschenübelkeit? Heute ist ein... Oh. 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 So, jetzt sind wir durch hier. Ja. Etil ist im Untergang geweiht. Wir brauchen den sehenden Stein. Wie viel deiner Seele verlorst du durch diesen Ring? Die dunkle Herrin wird sich freuen. Oh ja, mein Schatz, das wird sie. Na gut, sowas. Idril und Kastamir sollten vorerst sicher sein. Doch die Belagerung von Minas Ithil wehrt an. Der Palantir drunter. Ich habe eine neue Kapuze. Kapuze Level 3. Ich habe mich aber noch nicht bei Schaltung nehmen. Weiterhin in Feindes Hand zu fallen. Wir sind hinter feindlichen Linien. Das ist die Gelegenheit, Chaos in Saurons Ringen zu stiften. Der Merchler hatte noch ein Ziel auf seiner Liste. Wir sollten es zu Ende bringen und den letzten Leibwächter des Häuptlings töten. Aber vorher habe ich eine Freiheitlichkeit. Was? Was? coole nummer einen todesdrohung überbringen das fand ich damals schon cool das nehme ich so jetzt habe ich noch aufträge hier aufträge auf wir sollten nach mina city zurück der kampf wird nicht nur an der front entschieden ja 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 Moment, wollte ich hier her? Achso, jetzt bin ich hier vor der Stadt. Ich wollte doch gar nicht vor die Stadt. Ich wollte doch hier... Okay, dann machen wir erstmal die Schnellreise hierhin. Und dann zu dem anderen Turm. Und den will ich auch noch freischalten hier. Kriegpunkt. Da ist er. Hm? Ich habe euch hier letztes Mal alles freigeräumt, ihr Menschen. Jetzt ist hier schon wieder alles versorgt von Forks. Ich habe euch hier. Ja. Oh, come on! du bist du die beute für mordors besten jäger zu und durch rum geschleife auch nicht schlecht kriegst du mich nicht dann nehme ich halt andere tricks so ganz einfach jetzt gibt es eine neue rüstung ja auf jeden fall jetzt muss ich meine aufträge wieder aktivieren das ist es ist noch ein bisschen doof gemacht warum kann man nicht mehrere markierungen gleichzeitig machen ich will diesen ne quatsch ich wollte den turm machen julia hallo das ist ja noch Ich höre Bestien an ihren Käfigen rütteln. Du misch dich gerade erst ein. Ich höre Bestien an ihren Käfigen. Ich höre Bestien an ihren Käfigen. Da kommen wir nicht ganz auf klar.